Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Zweitkanal auf fieser Dinkel. Der Chat ist am Start, es ist super früh, es ist 6.02 Uhr am Freitagvormittag und wir kommen in die neue Season, in die Season 5. Der Chat ist am Start, wir streamen gerade live, ich werde heute so bis 10 Uhr streamen, dann wird ein YouTube-Video auf meinem Hauptkanal direkt online kommen. Content ohne Ende, obwohl ich Montag meine letzte Klausur schreibe, das wird wirklich eine super Sache, da habe ich drei Tage für zu lernen, fürs ganze Semester fast nichts gemacht. Aber es ist ein anderes Thema, ja, Chat, schreibt mal HiYouTube in den Chats und die bei YouTube da sind, da scannen, positive Wertungen und Kommentar da. Wir werden uns jetzt die Patch Notes angucken, ich werde ein bisschen was dazu sagen, während ich warte, dass nebenbei das Update runterlädt. Das ist ja immer so die Sache, wann man in der Battle.net-Schlange endlich dran ist. Würde mich selber, genau, sehr über ein Abo freuen und eine positive Wertung wäre sehr, sehr geil und wir fangen gar nicht lange dran rum und gehen rein. Warzone Season 5 Update Patch Notes, New Perks, Verdansk Update, New Weapons. Ich freue mich sehr, ich kann direkt von Anfang an sagen, dass es kein großes, riesiges Waffen-Update gab, das wird wohl noch kommen. Das einzige heute ist eher die Season und das Hauptthema ist heute eher die Season und wir schauen aber trotzdem uns mal das Wichtigste an. Also wenn es irgendwie das Wichtigste gibt. Es gibt zwei neue Waffen oder beziehungsweise erstmal hier 13 Gigabyte, 13 Gigabyte, auch 13 Gigabyte. Oha! Alle 13 Gigabytes haben sie sehr gut umgesetzt. PC 19 Gigabytes, na toll, sehr nice. Ich habe nicht so einen guten Download, das dauert wahrscheinlich mehr ein bisschen länger. Und Playlist Update ist irgendwie, ja, Rebirth Island ist jetzt nicht mehr, dass man immer wieder landen kann, scheinbar sogar. Also ich weiß nicht, ob da ein normaler Rebirth-Modus drin ist. J-God meinte auf jeden Fall, dass das jetzt wahrscheinlich so einfach ein Mini-Royal-Modus auf Rebirth ist. Also ich weiß nicht, ob das so geil ist, bin ich mal gespannt, wie sich das umsetzt. Danke, Julian, übrigens für den Resub. Alert kommt gleich. Ich mache ganz kurz die Alerts aus, damit ich ein YouTube-Video mal hochladen kann. Wie findet ihr das Design-Chat? Auch für die YouTube-Leute? Ich finde das Design, dieses Lila, finde ich richtig geil. Das gefällt mir auf jeden Fall. Das sind die Skins aus dem Battle Pass. Ich denke mal, das ist der Level 100 Skin. Haben wir hier einen sehr dunklen Skin dabei? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, die haben alle irgendwelche hellen Konturen. Der vielleicht, aber... Das ist eine Tauchermaske, die er anhat. So mit dem Grau. Aber, naja, werden wir sehen. Wenn wir uns den Battle Pass reinziehen... Oh, die haben... Lol, die haben einfach... Es ist eigentlich gar nicht so viel geändert worden in dieser Season. Deswegen, Charlie Intel hat einfach mal jede einzelne neue Tierliste. Hat einfach mal jede einzelne Unlockstufe aufgeschrieben. Es gibt neue Point of Interest. Die Point of Interest bedeutet immer, dass es so einzelne neue Änderungen an der Map gibt, wo man halt hingehen kann. Das heißt nicht, dass eine ganze... Also, dass nicht super viel geändert wurde, aber halt minimale Sachen, beziehungsweise so einzelne Sachen allgemein verändert wurden. Mobile Broadcast Stations. Also, weiß nicht, was da jetzt so abgehen wird. Was heißt denn Emitz? Das Wort kenne ich nicht. Strahlt aus. Aha, wusstet ihr das? Englisch LK übrigens. Ja, bin ich gespannt, was hier... Was hierbei rauskommen wird. Das werden wir so viel wie gleich ansehen. Mh... Und... Wir haben einen neuen Gulag. Wir haben einen neuen Gulag. Based on the classic Black Ops 2 map, this layout is comprised of the main Speedball Arena. Chat. Chat. Was ist euer Statement dazu? Ich bin sehr gespannt. Hijack Gulag. Hatte ich, glaube ich, 81er-Prozent, äh... Winrate. 81, 82. Fand ich... Fand ich wirklich sehr nice. Hat mir gefallen. Ich bin schon wieder gespannt, dass wir da eine Taktik rausbekommen. Vielleicht werde ich dann auch wieder einen TikTok dafür hochladen oder so, wie man da am besten den Gulag gewinnt. Ähm, und Red Doors. Beware of these doors sending you to unexpected locations, other than the main room. This may have something to do with this mobile broadcast station seen around the dance. Ah, okay. Also, rote Türen. Ja, boah, das finde ich aber scheiße, Alter. Wenn man jetzt eine rote Tür findet und durchgeht, ist es keine Garantie mehr, in so einem Red Room zu landen, wo richtig geiler Loot ist, sondern, äh, man kann auch einfach mal irgendwo landen. Zum Beispiel bei diesen Mobile Stations oder irgendwo da in der Nähe oder so. Äh, das ist ja irgendwie dann nicht so geil, Alter. Dann freut man sich nicht mehr so sehr, eine Red Doors zu finden. Dann ist das Risiko aber auch ein bisschen größer. Na, wer weiß. High Risk, High Rewards. Okay. Gameplay. New Gulag In-Game Lobby loadouts. The Sentry Gun Kirstry can now be found in Supply Boxes. The Tech-9 and the EM-2 have been added to the Loot Pool. Okay. Also, die neuen Waffen kann man jetzt auch auf dem Boden finden. Das ist immer ganz nice. Perks. So, jetzt kommen wir zu dem ersten sehr interessanten. Und zwar haben wir einmal, ähm, Combat Scout und Temperate. Einmal Slot 3 und einmal Slot 2. Slot 3 ist relativ kritisch immer, weil da halt eifrig, das Perk eifrig ist. Und eifrig ist halt dafür, 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 ähm, da, dass man die Waffen schnell wechseln kann. Das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Perk. Aber, äh, es ist sehr interessant. Man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und zwar funktioniert das so, dass wenn ihr einen Gegner anschießt, dass der kurz gepinkt wird, automatisch. Ohne, dass ihr halt selber irgendwie den Gegner pingen müsst. Ist eine interessante Idee. Könnt ihr mal in die Kommentare in den Chat schreiben, ob ihr denkt, ob sich das so durchsetzt. Weil ich glaube, eifrig ist gerade für einen Spieler mit viel Mobility, ist es schon sehr, sehr wichtig, ne, gerade im Close Fight mal die Waffe zu wechseln, wenn man jemanden pusht. Aber die Idee finde ich ganz interessant. Und, äh, Temperate ist Slot 2 da, wo halt alarmiert, Geist und Overkill ist. Also drei sehr wichtige Perks. Armor Plates are reinforced and now absorb 75 damage instead of 50. Ja, also das brauchst du, glaube ich, zwei Platten nur noch, um komplett full-plated zu sein. Das ganze Spiel über. Weiß ich jetzt nicht, ob das sein muss. Also, drei Platten oder zwei Platten kann schon in der einen oder anderen Situation sehr wichtig sein. Ja, vor allem, wenn die Leute am Anfang vielleicht jetzt noch nicht so damit rechnen, ob man da jetzt, äh, Overkill-Geist und, ähm, und alarmiert für aufgibt. Ich w- Keine Ahnung, werden wir, werden wir sehen. Und, äh, kaltblütig wurde eigentlich nichts geändert, außer, dass jetzt auch Combat-Scout, also wenn du gepinkt wirst von deinem Gegner, wenn er dich nur angeschlossen hat, das, das, äh, kontert das jetzt, ja. Also, kaltblütig ist die einzige Option, das zu kontern. Ja, bei mir läuft das Update jetzt auch sehr, sehr langsam, aber es läuft immerhin. Ganze 0% haben wir jetzt gerade. So, Bug-Fixes. Müssen wir jetzt nicht, glaube ich, komplett durchgehen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das finde ich sehr nice. Das finde ich sehr nice. Da kann man auch mal klatschen. Und zwar hat, ähm, haben die jetzt endlich mal, wie lange gibt's die Plattenbox schon? Digga! Wie lange gibt's die Plattenbox schon? Die haben jetzt erst geändert, die haben jetzt erst geändert, dass das ein anderes Anzeigebild hat, damit man nicht mehr denkt, man hat eine Munitionsbox anstatt eine Plattenbox. Ich mein, Slow-Clap in den Chat, okay, aber, Bro, das hätte man doch wirklich, also, deutlich früher machen können. Aber gut. Aber gut. Nehmen wir mit. Dann gibt es hier jetzt noch eine neue Funktion beim Aimen. Weiß jetzt auch nicht, wie nötig die war. Und zwar gibt es zum Beispiel beim Snipen, kannst du ja, glaube ich, kannst du deinen Atem anhalten. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig verstanden habe. Edit the option to have steady aim behavior, be a toggle instead of the hold for controller, keyboard and mouse. To hold button for extended periods of time in order to stabilize scoped weapons such as snipers. Also, wenn ihr mit einer Sniper zum Beispiel die Luft anhalten wollt, muss man ja immer R3 drücken, oder, Chat? Oder L3, ich glaube, R3. Und jetzt könnt ihr eine Option auswählen, dass ihr das nicht mehr gedrückt halten müsst, sondern nur einmal kurz drücken. Dann müsst ihr euch nicht mehr darauf konzentrieren. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber ja, interessant auf jeden Fall, dass sie da auch was geändert haben. Jetzt kommen wir zum Interessanten, und zwar die EM-2 Assault Rifle und die TAC-9 Submachine Gun. Full Auto Assault Rifle, Heavy British Rifle with considerable kick and build in low-zoom optics, low rate of fire and high damage makes the EM-2 a solid choice for skilled marksmen. Ja, es ist ein Standard-Scope auf der Waffe, also ein einfach- oder zweifach Visier, und es hört sich schon so an, es gibt ja auch die Oden in MW, Oden macht ja auch sehr viel Schaden, hat aber eine sehr langsame Feuerrate, Recoil auch, bin ich sehr gespannt, inwieweit sich die Waffe in die Meta-Reihen glitschen wird. Hört sich jetzt erstmal interessant an, auf jeden Fall, sagen wir es mal so. Ja, DMR war ja auch extrem heftig, aber ich bin gespannt, wie sehr man die auf Mobility bauen kann. Also da ist auf jeden Fall die neue EM-2. Obtain the EM-2 for free and ready to use the Black Ops Cooper and wasn't at Tier 15. Okay, also die bekommt er auf Stufe 15 auf jeden Fall. Und wir haben hier die Tech-9, Submachine Gun, Semi-Auto-Submachine Gun, improved accuracy from longer ranges with lower recoil and slower fire rate. Good damage output with moderate range. Alright, okay. Also, haben wir hier auf jeden Fall etwas für, für, für kurze und mittlere Reichweite. Sehr interessant. Die Tech-9. Waffen-Balancing gab es noch nicht, das kommt erst noch, genau. The Tech-9 is a unique weapon that is spots two muscles that alter his fire type and properly equipped. The Tech-9 is highly effective at an aggressive Fib-Fires play. Oh, okay. Schön für Fib-Fire- Fib-Fib-Fire-Plays. Okay. Gute, gute Präzision aus der Hüfte. Sehr interessant. Werde ich mir, werde ich mir anschauen. Ich denke, die Tech-9 findet man, kommt man dann erst hinter dem, hinter dem, also am Ende. Also ich glaube, wann ist, was ist das, Chatstufe 30 oder so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das werden wir zum Fib-Fire reinziehen. Ich denke mal, ich werde mir die auch direkt kaufen im Battle Pass. Und in der Season wird dann noch Melee kommen und eine Handgun, also Marshall und Kane, während die Season läuft. Wenn ihr den letzten Battle Pass nicht hattet, aus irgendeinem Grund, oder das M82 und die C58 nicht freigespielt habt, dann könnt ihr das jetzt mit einer Waffen-Challenge machen. Ja, Using LMGs, Kill 3 or more enemies without reloading in 15 different completed matches. Also ihr müsst ein LMG benutzen, 3 oder mehr Gegner auseinandernehmen und das ohne nachzuladen und das in 15 verschiedenen Matches. Und wenn ihr die C58 freischalten wollt, steht da? Oh, es ist noch früh, come on, 6 Uhr 14, was denn? C58, Using Assault Rifle Let's get a long shot kill in 15 different completed matches. Okay, also ihr müsst mit einer AR einen Long Shot machen in 15 verschiedenen Matches, um die freizuschalten, weil ja jetzt der Battle Pass weg ist und man die nicht mehr freischalten kann. Die AMP, das ist das einzige Waffen-Update, was ein bisschen gekommen ist, hat einen Buff bekommen. Ja, weiß jetzt nicht, ob das so juckt, aber aber auch nur für die, für die Munition, also jetzt nicht irgendwie krass irgendwelche Stats geändert oder so. Willen wir mal sehen. Und ja, das ist es tatsächlich schon. Dann haben wir jetzt die neuen Operator und das sind schon die Patch Notes für die neue Season. Also, da wird noch was kommen, da wird das Waffen-Update noch kommen. Man ist jetzt ein bisschen enttäuscht, wahrscheinlich, weil fast nichts gekommen ist, aber man muss auch mal ganz ehrlich, meine, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, meine Meinung, aber ich finde, man muss auch da dann auch einfach mal so Respekt zäulen, wenn man sagt, yo, die sind jetzt einfach noch nicht so weit, dass die das Waffen-Bellings rausgebracht haben und bevor es komplett verkackt ist, machen sie es lieber gar nicht. Ja, also finde ich okay, finde ich okay, wenn es jetzt noch nicht draußen ist und dann lieber, lieber ein bisschen später, aber dafür richtig, denke ich mal. So viel dazu, wir werden dann auf jeden Fall, denke ich mal, heute auf jeden Fall ordentlich Content haben, die nächsten Tage auch. Lasst gerne Puzzle-Wertungen ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und ja, wenn ihr noch vor 10 Uhr den Stream seht, dann könnt ihr gerne rüberkommen und euch das Geschehen auf meinem Kanal reinziehen. Eine Meinung. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao.